Jetzt gehen mir die Autos draußen wieder auf den Sack! Ich bin gerade am testen, dass hier einen Unterschied gibt. Ah, ich weiß, was mein Fehler ist. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Ach, kacke, ey! Ach, ich hab's nicht gesehen. Oh, bitte lass mich wieder... ...wieder gebären mit dem Flugihelm. Natürlich nicht! Oh, geht mir das auf den Piis! Aber ich kann jetzt trotzdem mal gucken, ob das wirklich kein Pi-Switch ist. Weil ich bin ja letztes Mal, glaub ich, gar nicht so da drüber gesprungen. Könnte ja möglicherweise sein. Weil dann wär's ja kein Problem, da hinzukommen. Okay, jetzt muss ich langsam mich fortbewegen! Ich kann... ...bots! Natürlich mal! Da ist aber was gewesen. Gut. Was ist denn, wenn ich hier reingehe und wieder rausgehe? Ist dann der Checkpoint hier weg? Ja. Eis, ja, ich weiß. Eis, ja, ich weiß. Lustig, Julia. Batz, batz. Okay. Wie gesagt, wir müssen das Flugdingsee behalten bis ganz zum Schluss. Und sogar wieder zurück. Bis ganz zum Schluss und zurück. So. Bitte bleibt bei mir, Flugdingsee. Aber sonst wäre das sehr doof. Wow, der hat sich gerade rumgedreht. Warum auch immer. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen ein. Ja, das war schon profihaft. Oh, er hat es. Und warten, weil von hinten kann man nicht. Oder so. Okay, jetzt kommt das Spielfuzzi hier. Checkpoint brauchen wir keinen, weil wir eh nicht mit dem Ding hier wiedergeboren werden. So. Ich glaube, das müssen wir gar nicht machen. Ups. Jetzt kriegen wir es aber hin. Jetzt kriegen wir es aber hin. Ja. 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 Also das ist zwar kein P-Switch. Unmöglich, da hinzukommen. Aber. Ähm. So ist es möglich. Mit dem P-Switch in Anführungszeichen. Oh, wie weit geht das denn bitte noch? Wut. Wut? 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 Musst man wieder rückgängig machen. Ach, das ist ja eine geile Sache. Weil der war nämlich noch negativ. Der war nämlich schwarz und wir haben den von schwarz wieder auf weiß gemacht. Das war eine coole Sache. Das hat mir gefallen. Ist zwar nur so eine Kleinigkeit, aber trotzdem. Okay, wir haben ein Secret-Exit. Einen weiteren in dieser tollen Land-Dingenskirchen-Map. Sherpetland-Würg-Brech-Brrr. Okay, was bist du denn? Was bist du denn? Nee, das Leben möchte ich schon ganz gerne haben. Oh, das ist ja cool. Oh, das war... Also auf jeden Fall kann man hier gut farmen. Wenn ich das mal so nennen darf. Oh! So, was hast du hier für mich? Ein Herz. Hihi. Hihi. Ha! Doch noch gekriegt. Huh? What? Oh, danke schön. Ha! Mann! Das war aber auch eine Geburt. Na? Oh, nö. Kein Schlüssel. Wo soll ich den denn hin tun? Mann. Nicht wieder so ein versteckter Kack, bitte. Das ist nämlich schon echt mega assi. Ähm. Eigentlich... Das eine hätte ich gern, aber... Das Feuer-Dings würde ich nicht haben. Huh. Weil dann denke ich nämlich, ich kann Feuer machen. Kann ich aber gar nicht. Weil ich den Kack-Schlüssel sonst wegschmeiße. Nein! Das ist auf diesem dreckigen Eis total scheiße mit der Steuerung, weil der erst so spät reagiert. Sherpet Land. Natürlich von vorne. Das ist ja auch so ein super tolles Level. Kackreiz kriege ich da. Das geht jetzt doch so, also von hinten. Nee. Wir müssen einfach durchrennen. So, jetzt sind wir hier wieder bei diesem tollen Gedenz. Aber ich renne jetzt hier einfach nach oben. Und hole mir hier einfach den Schlüssel. Nee, das war jetzt ein bisschen doof, glaube ich. Na? Ich will nicht schlüssel haben. Ja, geht doch. So, jetzt schlüsselt heim. So machen wir das jetzt genau. Okay, was ist hier? Nein! Okay, ich glaube, ich nehme mir doch das Feuer-Dings da mit. Ähm, weil ... Dann schmeiße ich den zwei weg, den Schlüssel. Wow, der hat zweimal geschossen. Aber dann ... Kann ich die ... Ähm ... Die Eagles da wegballern. Aber hier mache ich trotzdem nichts, hier gehe ich einfach so hoch. Wie eben auch. Äh ... Äh ... Ja. Aber hier die Dinger mache ich gleich erst kaputt. Äh ... Hm ... Pfff ... Okay. Jetzt dran denken. Feuer-Dings hier mitnehmen. Lieb's. Das ist auch so, wenn ich den ... Ja. Okay. Weil der Schlüssel verschwindet, glaube ich auch. Meine ich mich dran zu erinnern. Boah. Oh. Wie ich das überlebt habe. Frag mich nicht! Oh. Okay. So. Oder ... Na gut, man kann das natürlich auch ... Ich kann natürlich den Schlüssel auch auf die Dinger draufschmeißen. So. So. So.